servus und hallo zu last stop in bearbeitung okay als erstes audio 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 so wesentlich besser würde sagen ach dialog ok keine ahnung was das machen wir mal wo hoch steht nicht synchronisieren das machen wir aus fälligkeit wird schon passen nur gibt es nicht mehr weh tastatur ausdrehen passt schon dsd look machen wir so ein ok dann würde sagen let's go spiel das ist story last irgendwie adventure oder so london 82 ok die haben die mütze klaut nicht mehr es ist es ist ein kauf hier nicht 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 du bist hier Äh, nicht lang, keine Ahnung, keine Ahnung, was ich hier auswähle. So, äh, ich bin am überlegen, ob ich es mit dem Controller spiele, weil... Ja, ich bin am Überlegen! Ja, hör auf! Wüß. Ja, weiter. Komm, komm an, das kam. Tschüss. Komm an. Was ist los? Wir haben nicht Zeit für das. Jetzt, dass du aufhörst, kommst du auf! Aber nicht erwartet, dass du eine Rückfonds hast. Das ist keine Charity. Ich glaube, wir gehen mit ihm dann. Ja, natürlich. Natürlich. Wer kennt's nicht, wenn man mal so einem Polizisten die Mütze klaut, wegläuft. Sam, was machst du? Das Ding ist radioaktiv. Geh' zurück! Und dann irgendeinen Fremden trifft, der irgendein Portal aufmacht. Gehen wir mal durch. Wann kennt's? Typischer Tag. Oh mein Gott. Es ist jetzt oder nie, Junge! Sie sind da! So be it. Wait! Du hast nackt. Die anderen sind durch die Tür. Gotcha! Nein. Ich glaube nicht. Okay. Heute. Ah, wen spielen wir denn? Keine Ahnung, nehmen wir sie. Und nun? Ich habe keine Ahnung, was hier passiert. Unbekannte Gefahr. Okay. Ja, beginnen wir mal. Ja, natürlich komme. Können wir es machen? Nee. Okay, muss ich hier irgendwas einsammeln? Hast du... Ja, habe eine Ahnung. Was will es? Ja. Tschüss. Natürlich. Kann ich mich gerne haben. Was müssen dann auch ein bisschen wiedersehen? Ja, das immer schlimm ist. Ich habe gerne gehört, oder? Nein. Beste ich, was ich? Was soll ich mit deinem Wochenende? Ich mache dich. Was soll ich machen? Ich sehe dich ganz gut. Ja, äh. Was du in meine Frau, ich weiß nicht, Ash. Ich denke, ich habe einfach mit ihr in diesem Punkt. Auf geht's dann. Text mich als du nach Hause bist, Liebe. Äh. Gibst du mal kurz den Controller ein. Ist vielleicht besser zum Spiel. Moment. Okay. Äh. Wo muss ich hin? Hier offensichtlich nicht. Und Rollersteuerung ist halt einfach. Die Bewegungsanimationen sehen schon ein wenig wild aus. Ja, gut. Das ändert sich ja ständig die Richtung, wo man drücken muss. Das nervt mich schon wieder. Aber egal, mir geben wir dem Spiel jetzt eine Chance. Aber wenn ich keinen Plan habe, wohin muss. Ja, lauf mal so an der Straße entlang. Das ist, glaube ich, genau richtig. Ja. Unbekannte Gefahr. Stranger Danger. Okay. War ja das Kapitel, wo wir ausgewählt haben. Bewegungsanimationen sehen wirklich wild aus. Ja. So. Guten Tag, bin da. Ja. Ja. Okay, guten Tag, ich bin da. Ah, hier kann ich jetzt auswählen. Äh. Ja. Wo ist man anwesend? Nós students working in the Codfather tonight? Come on, where is my free chips and curry sauce? Nah. Morris has had to close down for a few days. Right in the Deep Fat Friar again. A Ratte in the Fr Вот Hübscher. Super. Not Boris, that live behind the fridge. Hehe. Nothing that exciting. Just a dodgy batch of scampi. Cave some people a runny bottom. Well, there goes that Michelin star Okay. Grafik ist... Ja, brauchen wir nicht drüber reden. Es ist wohl nicht mehr das neueste Spiel. Ich hab keine Ahnung, wie alt das ist. Aber ich find's witzig bis jetzt. Ich hab das Gefühl, dass du einen Tag mit der Frau bist. Ich habe ihn schon rechtfertigt. Ich habe ihn gesehen, aus meiner Tür ein paar Nacht. Ein bisschen verrückt. Internet war nicht genug für dich. Ich sehe ihn auch, er zu erraten. Ich bin gerade sehen, er zu anderen Mädchen. Jungs auch. Ich wäre mir gedacht, dass ihr Eltern das glaubt. Natürlich Oh, yeah. I hadn't considered that. Probably a sex thing, yeah. We should play Knock Down Ginger on him. Let's see if he's on Tinder. No way. We've got to be all forensic and stuff. Covert surveillance, like your sister. I think Emma mostly deals with unpaid parking fines. Getting bored. Want to do some gas? Oh sweet. I'm up for that. Was mit etwas Gas? Okay, Becky. What would you rather do? Be put in prison for 10 years. But when you come out, you get 20 million pounds. Tax-free. Or get the 20 mil up front, but you die when you're 35. What are you on about? Come on, which one would you take? I wouldn't take either. They both sound shit. Ah, I can here was, was abwerfen. Probably you take the 20 million up front, live it up on the yacht. But you die, when you're 35. Yeah, I know. Okay. Wir werfen nur Flaschen rum. Kann ich dir Flasche an die Birne werfen? Nein. But it's solitary confinement for the entire time. That's okay. And you don't have a bed to sleep on. Just a stone floor with loads of spiders about. You're just adding stuff to make it work. Okay. Okay. Kann ich da irgendwas einwerfen? Warum? Warum muss ich hier mit Flaschen werfen? Okay. Nur irgendwas? Was? Die Kamera. Okay. Aber warum? Aber. Es gibt nur fünf Flaschen. Fünf mal müssen wir werfen. Okay. Okay. Macht keinen Sinn. Ich verstehe es auch nicht. Also. Was hat das hier jetzt mit der Story irgendwie zu tun? Aber gut. Muss ich wohl machen. Dann machen wir das. Kontrollerstörung ist halt nicht so gut. Okay. Check out. Freaky dude back and he's all alone. Not this again. Let's see what he's up to. No way. Ich will nicht werden zu einem menschlichen Kebab. Er ist ziemlich fit. Menschliches Kebab. Da hat ja. Oh. Äh. Interessante. U-Print. Mit Planet Coaster. Nur so nebenbei. Musst du dran denken. Ja. 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 Ist ja gut. Natürlich. Natürlich. Ja. 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 Vaas. Ja. Ähm, ja, komm. Ach, ich kann hier einfach weitergehen, da müssen wir die Schwachsinn-Unterhaltung nicht anhören, aber wo muss er hin? Na, leider. Okay, laufen wir mal nach. Bewegungsanimationen finde ich nur immer super, aber komm. Grafik, schlechte Bewegung und so ist es ja, macht ihr Spiel nicht aus. Geht um den Humor und um das Gameplay und so und das passt schon. Wo ist er hin? Wo muss ich hin? Okay, ich muss da wohl rein. Oder? Ich bin so orientierungslos immer. Dahinter? Ja. Hier komm, lauf dem mal nach. Who Not Enter Unsafe Structure Condem weiß ich nicht was heißt. Die Guerrilla Army ist noch nicht auf der Seite. Der Bild sieht groß genug, wie ein Fortress. Die Pläne sind schon fallen. Ja. Ja. Bester Plan überhaupt. Folgen mir alle. Ich habe überhaupt keine Ahnung. Ich spiele es mit dem Controller übrigens. Und wie bin ich auf das Spiel eigentlich aufmerksam worden? Ich muss hier irgendwas spammen. Ich habe gar nicht gesagt gehabt. Controller geklickt. Ich höre die natürlich wieder. Ich bin zufällig bei Steam darüber gestolpert. Und ich fand es echt witzig. Let's try that back door over there. Ich muss mal hier nur die Audio. Das ist mal alles ein bisschen zu laut. Verdammt Lautstärke. Machen wir mal. Machen wir mal so. Hat sich gefühlt einfach nichts geändert. Jetzt ist es ein bisschen besser glaube ich. Ach ich muss hier rumlaufen. Spielen tue ich das ganze deswegen mit dem Controller. Weil... Mit die Dialoge auswählen einfacher ist. Die Steuerung jetzt nicht so dahinter ist. Das glaube ich wurscht. Ich glaube es kommt nicht auf Präzisionssprünge oder so an. Oder... Oder? So. 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 der Schwimmen geht. Ich habe keine Ahnung, ob das irgendeine Auswirkung hat, was ich lösche Dateien, Speicher vorher kommen. Ja, alles weg. Welche Auswirkungen hat es, wenn ich hier L, L, B, L, B. Oh Gott. Oh, komm. Natürlich wieder versaut. Mist, Mist auch. Ungünstig. Ja, komm. Guys, help! Nein! Bonk. Znaczył! Nie mał, czy on? On ma super powers! Probablem nie może być zabezpieczony! Musimy kłórze na ambulansę. Wow! Czekaj tam. Nie zrobimy żadne decyzje. Nie ma problemu! To była twoja złe idea! Dona, co jeśli twoja siostra zauważyła o tym? Jakie sukces mamy? Musimy go wyrzucić. Zajmijmy go do środka, zniszczyć się. Okej. Ja. To powinieneś na chwilę trzymać. Thank God, że jest jeszcze sprawa. Okej, więc co następnie? Nie możemy zostawić. Nasze Czernypryty będą w tym miejscu. Zajmijmy go do środka. Więc co? Nie jest to, że nasze Czernypryty są na file. Chodź, Dona. They'll be on the secret government database. Besides, he got a real good look at you. He'll be able to identify you to the police. We can't let him go. For the time being, he has to stay here. Uhhh. Was ist das? Ihr habt einen Typen an den Stuhl gefesselt. Ach so, nachdem wir ihn geschlagen haben. Meichel. Ja, sagt mal was. Sowas wie, spinnt ihr? Ach Mist. Ich habe euch, es wäre als zwei Folgen geplant gewesen, ich habe es euch zusammengeschnitten. Weil, ne, die acht Minuten da jetzt dran, dann sind es, ja, das passt schon. Ähm, aber jetzt, nächstes Mal geht es dann weiter. Da spielen wir, weiß ich nicht, was wir jetzt nächstes Mal machen. Paper Dolls vielleicht. Keine Ahnung. Vielen Dank fürs Ansehen. Servus, tschüss, bis zum nächsten Mal. Es geht weiter. Beg Mount kaufen. Wir sind bereit. Wiemeden.